Jo Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Rettet die Welt. Und mit dabei ist heute der X-Standard Skill X aka Olli aka Okan. Und wir werden heute mal ein kleines Blind-Train miteinander machen. Das Ganze wird wahrscheinlich online kommen, wenn ich auf der Gamescom bin. Also das Ganze ist ein vorproduziertes Video. Und falls irgendwelche Updates oder sonst was rausgekommen sind, ich habe keine Ahnung davon. Deswegen werden wir auch nicht das Lager benutzen, denn dann würden wir alle rausgeschmissen werden. Und darauf haben wir keinen Bock. Das heißt, wir werden Only Inventory machen. Und dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Jo. Alles klar. Also zuerst werden wir jetzt hier random durchklicken durch die Kategorien. Und dann sagt Daddy das Gegenüber einfach Stopp. Und wenn man dann bei einer Kategorie angekommen ist, muss man noch eine Zahl nennen. Und diese muss man dann an Kategorien nach rechts gehen. Wenn das passiert ist, muss man hier noch eine Zahl nennen. Und so oft muss man hier auf dieses Sortiert-Zeichen drücken. Und dann muss man noch einen Slot nennen, den man droppen soll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf lande, sage erstmal zwei nach rechts, gehe ich hier her. Sage ich erste Reihe vier... äh ne, sage ich drei mal aktualisieren. Eins, zwei, drei. So, erste Reihe vierter Slot. Dann müsste ich hier den Stack Brightcore droppen. Aber ich würde sagen, dann legen wir jetzt los. Olli, ab ins Inventar. Und los geht's. Stopp. Mhm. Äh, geht drei nach rechts. Ja. Fünfmal aktualisieren. Okay. Und... dritte Reihe, erster Slot. Okay, ich bin dran. Okay, ähm... Stopp. Ja. Zwei nach rechts. Ja. Dann zweimal aktualisieren. Ja. Zwei nach unten, vier nach rechts. Okay. Oh mein Gott, das war eine Nahkampfwaffe. Oho. Oho. Du mit deinen scheiß Sprungflächen, ey. Leute, ihr müsst wissen, wir haben die erste Aufnahme verkackt, da hab ich die ganze Zeit Sprungflächen bekommen. Ich musste ihm so, äh, 130er Totengräber, alles, er gibt mir nur Sprungflächen. Ich glaub, er trollt mich. Auf jeden Fall. Mh, stopp. Mhm. Drei nach rechts. Ja. Viermal aktualisieren. Ja. Ja. Und... Dritte Reihe, vierter Slot. Okay. Okay. Stopp. Oh, stopp. Okay. Zwei nach rechts. Ja. Zweimal aktualisieren. Ja. Zweite Reihe, zwei nach rechts. Warte, warte, warte. Ja. Nein. Oh mein Gott. Nein, ich spiel nicht mehr mit. Na, tschüss. Warum kann ich nicht mal aufsammeln? Okay. Stopp. Ja. Drei nach rechts. Ja. Und darauf bleiben, ja, ne? Ne, ja, ja, doch. Doch. Äh, zweite Reihe, dritte Slot. Okay. Ich, ich geh nach Hause. Ich geh nach Hause, Nico. Okay, ich bin drin. Stopp. Ja. Zwei nach rechts. Mach doch einmal da bleiben, ey. Einmal. Einmal aktualisieren. Ja. Zwei nach unten, drei nach rechts. Digga, du hast so Lack, ne? Ohne Witz. Oh, Wantinamus, hatte ich noch nicht auf 130. Guck mal, wie chillig er reagiert. Er kriegt auch so die Männer heftigen Fallen, ey. Ach ja, die Wantinamus, die hatte ich noch nicht. Ja, warte, komm mal. Ich hab' ich geschenkt, ich hab' Ah, alles klar. Ja, wir haben die Wantinamus, die hatte ich noch nicht. Mein Nazi. Oh Mann, ey, scheiße. Okay, mach. Ah, okay. Mhm. Stopp. Ja. Drei nach rechts. Ja. Zweimal aktualisieren. Zweimal? Ja. Okay. Hm, fünfte Reihe. Erste Slot. Okay. Äh, stopp. Ja. Drei nach rechts. Du gehst immer auf dasselbe. Immer. Immer. Du bist so ein Detektiv-Detektor, Alter. Ich stream wahrscheinlich einfach. Anstatt aufzunehmen, ne? Du siehst das, die ganzen Zeilen. Ja, normal. Ich hab' die Kamera in dein Zimmer. Musch' mal mal hinter dir gucken. Und das geht jetzt ein bisschen zu weit. Wie oft aktualisieren? Mh, sagen wir mal, dreimal. Okay. Zweite Reihe, dritte Slot. Geh' dich verkaufen, Alter. Ja. Ja, moin. Aber wenigstens ein Stack. Wenigstens ein Stack. Okay. Ja. Ähm, stopp. Ja. Drei nach rechts. Mhm. Viermal aktualisieren. Viermal? Ja. Erste Reihe, vierte Slot. Äh. Okay. Stopp. Ja? Drei nach rechts? Egal, ich hab da eh nur eins in der Kategorie. Okay. Ja. Endlich. Scheiße. Endlich, Alter. Oh, endlich musst du leiden. Okay. Stopp. Oh, warte, ich hab noch nicht. So, jetzt. Stopp. Mhm. Zwei nach rechts. Einmal aktualisieren. Zweite Reihe, dritte Slot. Ups. Okay. Und stopp. Ja. Zwei nach rechts. Ja. Zweimal aktualisieren. Nein, ich hab noch eine Sache in der Kategorie. Nee, kein Bock mehr. Ja. Kein Bock mehr. Schwere Pantos. Ich komm mich halt nicht mehr aussammeln, die bleiben jetzt ja einfach liegen, einfach aus Bronz. Okay, ähm. Äh, stopp. Mhm. Drei nach rechts. Mhm. Mhm. Zweimal aktualisieren. Ja. Dritte Reihe, erstes Slot. Okay. Ähm. Hast du? Ja. Stopp. Ja. Ja. Ja, ein nach rechts. Ja. Sieben nach unten, zwei nach rechts. Wie viel aktualisieren? Oder gar nicht? Äh, gar nicht. Zwei nach rechts? Ja. Oh Mann, wir haben uns gegen den Bets zu gehen. Scheiße. Ein Hany. Da bleib ich jetzt liegen. Ja, ein Gloob. Okay, ähm. Ich würd sagen, noch zwei Runden, ne? Da, machen wir mal. Ja, würd ich auch sagen. Okay. Ja, du musst Stopp sagen. Stopp? Mhm. Erst, äh, drei nach rechts. Mhm. Einmal aktualisieren. Zweite Reihe, erstes Slot. Ja, ich hab nur eins da drin. Achso, ja, okay. Okay, ähm. Ja, sagen wir mal Stopp. Ja, okay. Äh. Dann bleiben wir mal direkt da. Äh, zweimal aktualisieren. Ja. Drei nach unten, zwei nach rechts. Jetzt. Nein. Ja, ah. Mann, das ist so traurig, man. Ich musste meine Sprungfallen abgeben. Okay. Okay, ähm. Stopp. Ah, nee, du bist. Stopp. Ja. Ja. Ähm, drei nach rechts, so wie immer. Okay. Einmal aktualisieren. Mhm. Und... ...ähm... 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 ...dreite Reihe, erstes Item. Ich hoffe nicht, Nico. Ähm... Stopp! Warte, ich hab noch hier angefangen. Hm, ich warte. Stopp! Ja. Äh... Wir bleiben da. Einmal aktualisieren. Ja. 5 Slot. Ne, das tut sogar weh. Ich kann's nicht mal aufnehmen. Mh, lecker. Schön obsi-schmopsi. Ach, scheiße, Alter. Geh, machen wir noch eine Runde, oder was? Ja, will ich auch sagen. Machen wir noch eine Runde. Stopp! Oh, warte, ich hab noch nicht. Jetzt. Einmal aktualisieren. Mhm. Und zwei Reihen runter, eins nach... äh, ein Slot nach rechts. Oh, ich glaub's nicht. Okay. Okay. Stopp! Ja. Zwei nach rechts. Ja. Erster Slot. Okay. Ohne aktualisieren. Nein, du warst leer. Ich war leer. Oh mein Gott. Das tut so weh. Du wurdest so gescampt, ne? Oh mein Gott, Alter. Das tut so weh. Easy, nochmal ein Stack-Obsi gemacht. Ja, moin. Ja, und sonst war meine Spende lieber Neko. Oh Mann, ey. Okay. So Leute, ich würde sagen, es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Und wenn ihr das Ganze nochmal aus Ollis Sicht sehen wollt, dann schaut gerne mal auf seinen Kanal vorbei. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß jetzt noch auf der Gamescom oder sonst was, weil das wird ja auf der Gamescom Zeit hochkommen, das Video. Und, äh, ja. Vielleicht machen wir ja noch ein Blind Trading Video, wenn das hier gut abgeht. Also, haut da rein, Leute. Und, ciao. Ciao, ciao.